Eins, zwei, drei! Liebe Pflanzerfamilie, mein Name ist Ralf Gündlisberger und heute haben wir Taufi vom Fahrzeug von Heimweh, Lastwagen und Satelschlepper von Göle. Mit dem Göle haben wir schon eine längere Freundschaft. Und Heimweh auch eine ganz besondere Geschichte. Der Ralf Gündlisberger, der bei uns mit 60 Jahren noch die Lastwagenprüfung gemacht hat und dann selber auf seinem 66 Jahren fahren. Schön, oder? Wir hatten den Klemmer. Lieber im Heu stossen, außer vom Stoss heuen! Preis! Ja, Big Emotions, das ist Affetitten geil. Was will ich noch mehr sagen? Pflanzerfamilie, das ist schon wie Geschwisterti. Wir gehören zusammen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen!